Darf ich deine ganze Szenen sehen bei Berlin Tag und Nacht? Okay, let's go! Das ist Karl, da machen wir noch ein Foto. Hey Leute, ich bin Karl. Schön, dass ihr da seid. Ich bin heute euer Touri-Guide. Touri-Guide! Wenn wir hier gerade stehen, könnten wir damals eigentlich gar nicht stehen, weil früher waren wir Mühe. Okay, das ist extrem krass. Wir sind hier ein sehr besonderer Ort. Wer die ganze Folge und noch mehrere Szenen sehen will, checkt mal meine Story, da teile ich alles.